So, jetzt fahren wir erstmal noch nach Hilberg, 6,7 Kilometer. So, jetzt links rum, circa die Linie, steht da drauf, Rutschteilsteg. Jetzt aber rechts rum. So, jetzt kommt die Linie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sollte Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach Hause, alles Gute und viel Gesundheit Und bitte nicht vergessen